Hey, wo kommst du denn da rein? Ich bin ja tot. Ey, Klamottenarsch, Fressearsch, alles Arsch. Warte ab. Ja, aber. Nix aber, mit Waffen schon mal gar nicht. Abgang! Ich bin gekommen, dich zu holen. Alter, hol dir einen runter, ich muss arbeiten. Ich hol's auf meiner Liste. Gästenliste hab ich selber und du stehst nicht drauf. Abgang!